So Leute, es kann weitergehen mit Last Play Double Row, XCOM, der Classified, ich bin es, euer MC Muffix. Im letzten Part, ja, haben die Aliens dem Planeten angegriffen und wir müssen hier gerade mit Nils, wir sind übrigens Kater, zu unserem Chef gehen. Der hoffentlich irgendwie noch lebt überhaupt. Wir wissen es nicht, wir sind bis jetzt nur Tod und Zerstörung, was anderes haben wir noch nicht erlebt. Aber ich hoffe, wir können ihn noch irgendwie lebendig finden. Und ja, wir haben auch unsere erste taktischen Schutter gelernt, zum Beispiel, wir können das da machen. Und das da und das da. Ich kann mir nur den Finger so mehr gut drehen, mehr können wir bis jetzt noch nicht machen. So, da ist ein M14, haben wir nicht. Wir haben doch M14. Achso, wir müssen mit Munition immer einsam. Oh, das ist doch blöd. So, dann jetzt auf zum Aufzug und ich hoffe, da ist er hier, unser Chef. Chefi, Chefi, du bist doch da, oder? Chefi? Bist du Chefi? Ich hoffe jetzt mal nicht. So, was liegt hier? Pistole. Pistolenmunition. Pistolenmunition ist immer gut. So, dann da nach oben. So, wo ist denn mein Freund? Das Lager ist gleich da vorn. Äh, da? Ah, da hinten. Oh, da hinten. Scheiße. Äh, gut. Äh, irgendwie hier, ähm, sind da aliens oder so? War das ein Blindgänger? Nein. Was immer es war, es sollte nicht explodieren. Was ist das? Wir warten lieber nicht, bis wir es erfahren. Der Frachtaufzug ist hier drin. Soll ich sie ausschalten? Achtung, Kater! Sie sind hier! Ja, gut. Äh, was müssen wir da sagen? Schlachtfokus. Schlachtfokus. Wie wird das? Hä? Was stand da gerade? Irgendwie kann ich Schlachtfokus machen. Ach komm, warum gehen diese Hinweiselschilder einfach mal von einer Sekunde auf die nächste Sekunde weg? So, an Artillerieschack, glaube ich, kann ich da nicht hinhauen. Wo kann ich den töten, den Outsider? So, hauen wir den einfach mal weg. So. Wo ist mein Nils hier? Nils ist da. So, dann beweg dich mal, bitte. Warte, komm, so, dahin bewegen. So, da, da, jetzt. So. So, und da sind Sektuiden wieder, so. Aber was war denn dieser Outsider? Ach, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will ja nicht gar nicht wissen, was wir so verwegen sind. Die sehen alle ekelig aus. So, äh. Nicht getroffen. Das war's, weiter. So. Kommen Sie den Aufzug. Er bringt uns nach unten zu Direktor Fork. Okay, denn es ist Aufbeeilung. So, bevor hier noch mehr von diesen ekligen Vieh hier kommen. So. Oh, da sehen die alle eklig aus. Und überall ist so viel Blut. Hö, hö. Ey, voll das, voll das Gorige Spiel. Ist ja auch ab 80. Ist ja nichts für kleine Kinder gedacht. So. Verstecken wir uns mal. Ich werde da kommen jetzt weg. So ist das. Äh, warte. So. Erstmal gehst du da hin. Hallo. Bewegen, bewegen. So, dann beweg dich mal bitte da hin. Und dann baller mal. So. Ich bin in Position. Der, 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 der Outsider. Ach cool. Der bleibt einfach stehen. Der, der ist cool. So. Ach, mit dieser Waffe. Mit der irgendwie sind sie, äh. What the hell? Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? So, äh. Will ich wissen, was ist der Aufzug klar? Scheiß Aufzug. Warum da auch ein Aufzug immer hundert Jahre bis ich komme? So, kann ich da irgendwas hinhauen? Ich kann einen kritischen Traffer, kann ich doch hinhauen. So. Kann ich auf das Ding da, äh, auf die Abwurfkapsel? Mach mal auf die Abwurfkapsel. Kapsel. Bringt das was? Ich schieße die jetzt mal kaputt. So. Immer noch eine schöne Exkursion abgeben. So. Sackabum. So. Kommt, ihr geht doch mal down hier. Aliens. Nervige Aliens. Oh mein Gott, wie kommt denn der da hin? Wie scheiße, wie kommt denn der da hin? Der ist, oh, der ist gut. Das muss ich ihm lassen. So. Aber trotzdem keine Chance gegen uns, denn wir sind Kater und wir haben den coolsten Hut. So. Das reicht. Ab nach unten. Die größeren Dinge, die sind anders. Ich glaube, die geben die Befehle. Die anderen sind bloß einfache Soldaten. Los, Herrgott, nichts wie raus hier. Los, kommen Sie. Gut, dann möglichst schnell darunter. Ich kann nicht, ich kann nicht verstehen. Ich will auch nicht mit den Aliens spielen. Der Alte ist zäh wie Leder und Kenny und Weaver passen auf ihn auf. Ja. Aber wer weiß, ob man ihnen trauen kann. Die beiden waren von Anfang an dabei. Wenn jemand loyal zu Fork steht, dann sie. Das will ich hoffen. Okay, gut. Was sind das für Dinger? Mein Gott. Was? Ey. Ganz ehrlich. Los, Herrgott. So, was haben die hier? Das sind ein Outside. Da. Ja, dem konnten wir leider nicht helfen. Wir müssen vor denen bei Direktor Fork sein. Ich hoffe, mit, ja, er sagt es mit Fork, hoffentlich sieht es da nicht so schlecht aus. Der Angriff ist eine von unseren Leuten auf mich losgegangen. Eine von uns? Ich glaube, sie war mit irgendwas infiziert. Ihre Augen wurden schwarz. Sie hat mich angeschossen und wollte den Koffer, den ich bei mir hatte. Sie hat sie angeschossen. Ja. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Das, was ich bin. So, äh, das amerikanische Standard-Militär-Modell, äh, 18, ähm, 97. Eine Pumpgunschhofer in der Kaliber 12 für den Nacken. Aber hat sie getötet und mir mein verdammtes Leben gerettet. Können wir eigentlich drei Waffen haben? Ne, wir können nur zwei Waffen gleichzeitig haben. Das ist schade. Okay, das ist echt schade. Naja, so, dann haben wir unsere Pistole halt weggeworfen. Ja, das war schon ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, wie der merkwürdig Braut da war, aber das... Oh, nein, das sieht auch nicht gut aus. Aber das sieht schon wieder sehr merkwürdig aus. Das Elerium-Labor ist gleich da vorn. Was ist Elerium? Ich glaube, sie sind nicht befugt. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Stimmt. Tja, wir sind vor einigen Jahren drauf gestoßen. Bald stellte sich raus, dass es sich um ein außerirdisches Element handelt. Eine Art Weltraumgestein. Ist wohl kaum ein Zufall, dass diese Outsider das einzige Elerium-Labor auf der Erde angreifen. Ein Foto. Was bedeutet das? Gute Frage. Ja, was das für ein Stoff ist, werden wir wahrscheinlich noch früh genug erfahren, schätze ich mal. So, wir schauen uns hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch hier ein Bonuszeug oder sowas. Was ist hier? Noch ein Foto. Was bedeutet das? Ja, das steht wahrscheinlich bei jedem Foto, oder? So, hier. Elerium-115. Blicken Sie da irgendwie durch? Machen Sie Witze? Ich bin kein Wissenschaftler, aber was Sie so gesagt haben, war es für Sie wie Weihnachten und Ostern in einem. Ja, hätten wir das irgendwie taktisch nutzen können, wäre es ja nicht schlecht. Oh, cool, wir können Nahkampf. Aber bis jetzt sieht es eher so aus, als wäre das der Grund, warum die Airlines kommen. Ah, da lebt jemand. Ich hoffe, sie lebt. Sonst ist es kein Outsider. Bitte lasst es kein Outsider sein. Sie da! Stopp! Zurück, Soldat. Agent Nils, schön, dass Sie noch leben. Agent Carter, wir müssen reden. Richtig. William Carter, Agent Second Class CIA, meldet sich wie befohlen. Kriege ich jetzt ein paar Antworten? Sie sollten ein Artefakt abliefern. Haben Sie es dabei? Es wurde im Kampf zerstört, Sir. Ich wäre tot, wenn es mich nicht irgendwie geheilt hätte. Interessant. Wenn wir heil hier rauskommen, wird mein Team Sie testen wollen. Sir, bei allem Respekt. Mein Einsatz hier ist zeitlich begrenzt. Unter diesen Umständen sollte ich sofort mit Director Frost sprechen. Wir nehmen an, der Direktor der Central Intelligence ist tot. Bedauere, Carter, aber die Vorschriften sind klar. Sie unterstehen jetzt mir. Hier können wir nicht bleiben. Erstmal verschwinden wir von hier. Dann planen wir den Gegenschlag. Wird schwer genug, heil hier rauszukommen. Ich muss noch die Forschungsresultate sichern. Ohne die haben wir keine Chance. Sie, Nils und Kinney holen die Kommandanten im Strategiezentrum ab. Wir treffen uns am Bahnsteig. Verstanden. Security, hier hofer. Sofort ein Team zur Lagezentrum. General Teams. Agent Carter, sehr freut Sie. Sparen Sie sich das, bis wir hier raus sind, Agent. Kinney, was ist mit Agent Weaver? Sie ist vorhin in Richtung Strategiezentrum weiter. Keine Ahnung, ob sie es geschafft hat. Sie taucht schon auf. Sie taucht schon auf. Tut sie immer. Was machen die da? Keine Ahnung, ist doch egal. Gehen Sie in Position, solange Sie abgelenkt sind. Ballern wir die jetzt alle ab, oder? Äh, gehen wir einfach mal lieber weiter, so. Äh, wir wollen hier nicht mit den Aliens unbedingt spielen, ne? So. Hier oben. Ähm, von oben sieht's, äh, glaube ich, können wir die nicht angreifen, weil durch die Scheiben, glaube ich, können wir nicht durchschießen. Das ist schade. So, dann schauen wir mal hier. So. Feind voraus. Äh, wenn du unter Beschluss der Drücke wirst, um den Schlagfokus einen Plan zu spielen. Ja, gut. Ähm, darf ich mal? Äh, da kann man ja gar nicht vorschauen. Das ist schade. Okay, wir sehen hier Flank. Das haben wir schon gesehen? Nee. So, ähm, das sind echt viele. Dann würde ich sagen, ähm, hier. Kinney, du bewegst... Bewege... Ein Laserturm. Ey, warum hat der einen Laserturm? Ist ja geil. So, äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rein. So, ähm... So, ich würde sagen... Geh hier mal hin. Der kommt da. Bin unterwegs. Dann der Typie. Ähm, bewegen ebenfalls. Und zwar... Komm, komm. Ah. Das ist ein bisschen trägeres Menü. So, es geht schon so. Du gehst da hin. Und sicherst hier die Flanke. Sollte da jemand reinkommen? Oder nee, warte. Ich hab noch eine bessere Idee. Ich hab noch eine bessere Idee. So, du gehst da nämlich hin. So, hier. So, und dann Sperrfeuer ein bisschen. Okay, gut. Dann, als nächstes. Erstmal schauen. Äh, stehen die beide? Gut. Dann will ich jetzt, dass der seinen Laserturm aufstellen. Was das auch immer für ein Viech ist? Ich weiß es nicht. Stell mir einfach mal hin. Ein Geschütz dahin. So. Oh, der Nies, der stirbt schon wieder. Warum stirbt der Nies eigentlich immer? So. Laufen wir jetzt mal ganz schnell da durch. Und flankieren die Gegner. Oh, Leute. Ich werde angerufen. Tut mir leid. Ich muss einen ganz kleinen Cup machen. So, kann schon weiter gehen. Tut mir leid für die, äh, kleine Unterbrechung. Ach, jetzt hab ich mein Handy mal ausgeschaltet. Ich denke, er auch nie mit. So, gut. Ähm. Jetzt haben wir die geil flankiert. Jetzt können wir hier richtig schön ballern. Bäm. So, erstmal du weg. Keiner weniger. Und jetzt du. Scheiße. Komm, 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 komm. Komm, mein kleiner Ausseiter. Komm raus. So, äh, wollen wir mit denen irgendwie noch was cooles machen? Bewegen, bewegen, Turm, vertreiben. Was ist das vertreiben? Machen wir mal vertreiben. Ich weiß nicht, was das treiben ist. Kann man eigentlich mal stehen. Das wäre mal cool. Wenn einfach mal stehen würde, was das überhaupt für Fähigkeit, was sie bringen? Mine, bewegen. Ich werde, warum könnte so cool ist. Der kann gar nichts. Okay, ja, der, woher kann kritische Treffer machen. Super Entdeckung. Frankiert. Egal. Brauchen wir nicht. So, wo sind die... Da ist ja eine Ellen, das andere. Okay, gut. Komm. So. Ne, warum... Da geht er raus. So. R1. Das war's. Los, weiter. Ach, warst du schon? Gut. Jetzt verstehe ich, wieso Foxy fürs Büro haben will, Carter. Das habe ich ihm auch gesagt. Okay, gut. Lesen wir aber jetzt erstmal den Brief. Mimu. An Gefreiter, gefreiter glaube ich jetzt, ist Lawrence. William Carter darf sein Quartier nicht verlassen. Aus von der Aufsicht von Lieutenant Gabriel Powell. Identifizierungsfotos von Gabriel Powell und William Carter habe ich dieser Nachricht beigefügt. Diese Befehle hat höchste Priorität. Unter keinen Umständen darf jemand anders als der Kurier selbst an dem Anvertrauen den Koffermanipulation vornehmen. Damit hantiert oder ihn auch nur berühren. Lieutenant Kerr. Okay, ja, der geheimnisvolle Koffer. Wir wissen immer noch nicht genau, was der Endwasser jetzt in dem Trend war. Und ich schätze mal, fürs Erste werden wir das noch nicht erfahren, denn der Koffer ist ja weg. So, gut. Dann weiter geht's jetzt. Ist es oben aus, Nils? Schlecht. Wir haben die Basis verloren. Die Jungs sind alle auf dem Rückzug. Was war das? Interessiert nicht. Holen wir die Führung im Lagezentrum ab und dann nichts wie weg. Falls noch jemand übrig ist. Auslöser erhalten. Die Standard-Schrappelgranate des amerikanischen Militärs. So, sonst ist hier... Wir können ja auch kurz dahinter schauen. Nein, 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 nein. Du wirst nicht die Granate. Werfe ich jetzt die Granate? Ich will irgendwas machen. Ach, gehabt. Hui. So, verstanden. Ich hasse das, wenn... In jedem Spiel ist das Laufen auf immer einer anderen Taste. Ich bin es irgendwie gewohnt, dass es immer auf L2 ist. So, gut. Davon dürften wir so tief unter der Erde nichts mitkriegen. So, dann... Erstmal hier, ähm... Wollen wir wieder taktisch vorgehen? So, äh... Nein, 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 nein. Was machst du? Oh. So, jetzt schauen wir erstmal den Alien her. Der ist da hinten. Ich kann irgendwie Speerfeuer oder sowas machen. Das wäre cool. Ähm, mini, mini. Ich kann... Vertreiben kann ich mal. Ah, vertreiben. So, vertreiben wir mal. Okay, ich kann den nicht vertreiben. Jetzt kann ich vertreiben. Bring sie raus! Wir werden ausgeräumt! Ich bin erledigt! Ist der down, oder? Komm! Ballein! Bam! So. Hey, ich... Also, ich muss mich noch ein bisschen einfinden in das Spiel, aber... Immer noch keine weggestoben. Bin schon stolz drauf. Was können wir eigentlich? Wir können nur heilen. Ist ja scheiße. Ich möchte irgendwie super coole Fähigkeiten haben. Ach, egal. Ach, egal. So, Tür öffnen. Hallo? Ist da jemand? Guten Tag. Mr. Alien? Mrs. Alien? Sind sie hier? Dann eben nicht. So. Oh, ne? Aufpassen. Keine Ahnung. Oh. Ich wette. Ich freue mich schon auf die erste Situation, wo einfach mal Gegner so hinter der Tür sind und mich anhüpfen und mich dann erstmal töten werden. Das wird passieren. Kann man eigentlich schnell speichern? Was hat man aus dem Elerium hier unten gemacht? Alles. Reaktoren, Waffen. Alles mögliche. Was ich da so gesehen hab, das war wie aus der alten Captain Thunder Claps Serie. Schade, man kann nicht schnell speichern. Das war immer ein Anime Unknown, ne? So. Ein Anime Unknown. Und immer wenn ich wusste, dass da irgendwie so ein, also wenn man so ein abgeschütztes Alien-Schiff oder so gesehen hat, dann immer kurz bevor du wirklich reingehst, hast du erstmal abgespeichert, weil du wusstest erstmal, dass fünf so Teamkollegen von dir sterben. Und dann hast du einfach neu geladen, wenn der Fall passiert ist. Hier geht es leider nicht und hier müssen wir einfach auf Glück hoffen, dass uns keiner tötet. So. Oder auf mein Skillvertrauen, was aber auch nicht so. Das war alles. So. Elyrium-Reaktor. Elyrium-Reaktoren? Genau so ist es. Ein Reaktor wie dieser muss mehr Saft produzieren als der Huferdamm. Okay. Cool. Großer Gott. Diese Mauern sollten einer Atomexplosion standhalten. Los, raus hier, bevor ihr alles einstürzt. Tja, Atomschorn, Plasma, Lasersachen, das ist was ganz anderes, mein Freund. So. Äh, die Tür. Dankeschön Tür. So, oh mein Gott, das kann gehen. Verdammt. Uh, warte, das sind so Daten. Ah, das ist ja gut. Achso, ich dachte, das wäre jetzt alles ähnlich. Ähm, ganz kurz, wo sind sie? Wo sind sie? Sie sieht man noch nicht. Hä? So. Jetzt. Hier so. Uh. Was haben die denn da? So, ähm, kritischer Treffer. So, das ist ein Geschützturm. So, und dann. Komm, hau drauf, 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 hau drauf. Ja. So. Hau drauf. So, hau drauf, Strategie funktioniert einfach immer noch am besten. So. Jetzt sind es eh nur noch zwei Outsider. So. Dann, äh, bewegst du dich jetzt mal bitte, ähm. Ah, nee, warte, der andere, warte, hier. Ah, nee, der ist da. So, ja, okay, dann würde ich sagen, bewegt sich doch hier der Typ mal. Bewegt sich jetzt. Ach, verdammt. Warte mal. So, das machen wir jetzt ganz schlau. So, und jetzt bewegt sich mein Freund hier. Der bewegt sich jetzt erstmal dahin. So. Ich weiß genau, was ich mache. Hoffe ich. So. Guck mal, hier ist, ich werde jetzt nochmal eine Granate. Ah, okay, brauche ich eigentlich nicht. Das sind ja nur zwei poplige kleine Mini-Aliens. Ich bin doch eh putzig. Putzig. So. Putzig-Aliens-Down gemacht. Sind da noch welche? Oh, das ist ja noch einer. So. Dann erstmal in Deckung gehen. Dann. Ich, ich, ich habe jetzt einen schönen Plan eigentlich ausgedacht, aber den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hätte jetzt, ja genau das hätte ich jetzt gemacht. Ich hätte den da jetzt hier hin beordet, dass er dahin geht irgendwie. Und dann hätte ich dem gesagt, dass er jetzt dahin geht, aber das ist ja jetzt eh nur noch ein kleines Alien. So. Möchtest du noch? Gib mal aus deiner Deckung hier. So. Ah, der Guter. So, ballert den ab. So. Das war's. Weiter. Alle gemacht. Äh, sind alle Soldaten nicht gestorben? Ach, ihr seid doch nicht so scheiße. Das ist ja ganz ehrlich. Hier hätte man die Aliens übrigens super gut eigentlich umgehen können, aber, ja komm, also für die drei Aliens, das war jetzt nicht so der harte Kampf. Aber es mich ärgert, dass alles Soldaten sterben und uns sind alle gestorben. Ich dachte, wir waren jetzt echt schnell dran. So, was ist da? Später Granaten. Oh, da spielt er Granate. So, dann hier den Schalter aktivieren und dann weiter geht's, würde ich sagen. So. Push the barren und weiter geht's. So, was ist hier? Patronen. Patronen sind immer gut. Komm, nimm Patronen. So, wir brauchen... Eigentlich bin das hier eh nur Sturmgewehr. Die Pumpkin ist eigentlich wirklich nicht so hilfreich, weil die Aliens will ich gar nicht eigentlich in die Nähe von mir lassen. So, da unten ist ein Loch voller Verderbnis. Was machen die da? Da würde ich gar nicht... What the? Dann hauen wir ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt haben sie nicht nur ein Loch voller Verderbnis, jetzt haben sie sogar die Kugel voller Verderbnis. Das Strategiezentrum ist da vorne. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Und was haben wir? Nichts Gutes. Weiter. Wir haben so ein publiges Sturmgewehr. Greife an! Bam! Ausgenockt, du Sack-Alien. Bim. Meine Aliens verspeise ich am liebsten zum Frühstück. So, das ist wieder das M14-Gewehr. Moni aufnehmen? Dankeschön. Ich finde es schon, dass sie nicht automatisch aufnimmt, wenn man einfach drüber läuft. Das ist nicht so schlimm, aber es wird besser gewesen. So, gut. Tür auf und weiter. General Deems, alles okay, Sir. Wo ist Fog? Was ist hier passiert? Ich stelle hier die Fragen. Ja, Sir. Direktor Fog ist bereits am Bahnsteig. Wir sollen sie umgehend auch dorthin bringen. Dann gehen sie voraus. General! Aus dem Weg! Los! Das ist nicht Dings. Er ist einer von denen. Nils, zurück! Halten Sie durch, Sir. Alles wird gut. Warum stoppen Sie mich? Was haben Sie sich dabei gedacht? Dass ich Ihnen gerade das Leben gerettet habe. Sie haben auf einen Vier-Sterne-General geschossen. Was erwarten Sie von mir? Die können uns steuern. Die schlüpfen in dich rein und steuern dich. Deems ist tot und wir haben keine Zeit zu verlieren. Was ist mit dem Rest der Führung? Alle schon tot, als ich kam. Ich dachte, Agent Weaver sollte sie hier schützen. Ich bin Agent Weaver. Angela Weaver. Und der infizierte Bastard war längst hier, als der Kampf losging. Eine ihrer Marionetten hat mich angegriffen. Was löst das aus? Ich weiß nicht, aber es hat offenbar mit dem Angriff zu tun. Wir untersuchen solche Fälle schon seit Jahren. Deems war einer unserer obersten Militärs. Wie konnten Sie ihn kontrollieren, ohne dass jemand es bemerkte? Bislang kann niemand sagen, wer dafür anfällig ist und wer nicht. Wenn Sie Deems gekriegt haben, könnten Sie jeden kriegen. Sie wussten, er hat Hoover und die anderen getötet. Sie hätten ihn früher töten können. Das wollte ich. Aber er wehrte sich gegen die Kontrolle. Vielleicht hätte er sich freimachen können. Ich erschoss ihn, damit er Sie drei nicht töten konnte. Wir müssen von hier verschwinden. Fork sagte, wir sollen alle Überlebenden zum Bahnsteig bringen. Die Lok bringt sie allerdings nur bis zum Testgelände. Können wir von dort einen Heli rufen? Die Zeit wird knapp. Gehen Sie zum Bahnsteig und fahren Sie zum Testgelände. Ich rufe einen Sky Ranger, hole Fork und komme dann hin. Wenn Sie es nicht zum Testgelände schaffen, müssen wir ohne Sie los. Okay Leute, dann haben wir also nur eine Chance wirklich von hier zu kommen, entkommen und zwar dort hinzukommen. Ob wir das schaffen, werden wir im nächsten Part erfahren. Bis dahin, euer DemseMorphix. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.